Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich Verkältungen. Und Dr. Wettstein hat einer von unseren Zuschauerinnen einen wertvollen Tipp heimgebracht. Fabien Niederer giesst sich heute bereits die fünfte Tasse Tee ein. Seit vier Tagen ist sie deftig erkältet. Sie hat Schnupfen, Halsweh und Kopfweh. Eine typische Winterkrankheit. Unser Arzt Dr. Albert Wettstein besucht sie in Rheinach. Was kann ich machen, wenn ich so verkältet bin, mit Schnuppen, Halsweh und so Sachen? Man muss die Symptome, die einen plagen, gezielt behandeln. Am einen erst mal mit pflanzlichen Mitteln. Zum Beispiel inhalieren mit Dämpfen, die Menthol oder Eukalyptus haben, wo die Blutgefäße der Schleimhäute zusammenziehen. Und dann, wenn man in der Nacht wegen des Husten nicht schlafen kann, helfen z.B. zwei Teelöffel Honig, den man am Abend vor dem Bett annäht. und dann, wenn man ihn nicht zum Teil des Husts verliehen kann, wenn man um den fetten Tod Tod hat. die Tod wird. Vielen Dank.